Kompakte Highlights der einzelnen Tage kommen täglich versetzt auf dem Domo-Kanal. Link in der Videobeschreibung. Was würdet ihr geben? Können wir mitbewerten? Kannst du von vorne machen? Ey, ich muss kurz telefonieren. Ich bin kurz out of service, okay? Ey, cool. Ey, Bedanski juckt's aber gerade. Jetzt reicht's mir, Redzmann. Komm her, hä? Dominik Redzmann. Komm her. Pass auf der Tellerfilter. Dominik Redzmann. Dominik Redzmann. Nein, erwarte nicht, du bist krank. Irgendwie ist das krankescheiße, Digge. Ich geh duschen, ich bin out of service, ne? Okay, Bro, dann setz dich mal auf, weil du musst auch hören, was er sagt und so. Okay, okay. Sieht man das? Hörst du? Mhm. Das ist ein bisschen vollgemüllt, oder? Ja, der war vollgemüllt. Jetzt hör zu. Bro, die Serie ist 2005 rausgekommen. Er sagt die Fehlung. Ja, also er hat gesagt, dass er Breaking Bad gerade anfängt. Geil. Der legt da einen Ofenkäse auf dem Bett? Ey, das hat mich auch am meisten abgemacht, Bro. Der legt einfach ein Geramont. Digga. Der legt einfach ein Geramont und ein Messer oder so. Und das ist sein Fanspaar. Ey, bei Gott, ich will nicht wissen, was mit diesem Geramont passiert, Alter, wenn die Kamera aus ist. Das sieht alles so durchgebumst aus da irgendwie. What the hell, Alter. Das ist so krass, ey. Hat irgendwie auch diese drei Fenster, die sehen so ein bisschen komisch aus. Ja, das ist ein bisschen goofy, keine Ahnung. Ist aber, man muss, also guck mal, ist ein bisschen goofy, aber ist auch besser als diese Leute, die bei so einer Wohnungstour dann erst so krass aufräumen und so. Weißt du, was ich meine? Es ist auf eine Art Reel, aber auf eine Art auch unter aller Sau. Ja. Was ich hier sehe. Ich muss auch sagen, ich glaube, ich bin kein Fan von Beamer an der Wand. Weißt du so, Bro, ein guter Beamer kostet auch so viel wie ein guter Fernseher. Bruder, hol dir einfach einen Fernseher, man. Ja, ich weiß nicht. Vielleicht hat der halt... Guck mal, das kannst du mir doch nicht sagen, dass das bockt zu gucken da. Ne, das bockt nicht. Das bockt doch nicht. Aber vielleicht kann der da kein Fernseher hinhängen oder so. Vielleicht ist die Wand nicht... Weißt du? Vielleicht hält die das nicht? I don't know. So geben wir 0 bis 10. Boah, 7. So gut? Vielleicht 6. Also maximal 6. Ich bin hier eher bei einer 5,5. Okay, dann geben wir 5,5. Ja, ja, 5,5. Ey, wir switchen kurz Kamera, Bro. Komm dann einfach dazu, wenn du fertig bist. Äh, ja. Easy. Müsst ihr jetzt erst so chillen oder seid ihr... Ja, wir gehen noch kurz so duschen und sch... Und dann sind wir ready. Ey, du willst, kannst du aber den Stream übernehmen. Das wäre ganz geil eigentlich. Okay, okay. Weil du bist ja ready direkt schon, ne? Ja. Dann wäre es geil, wenn du den Stream übernimmst. Mhm. Warum sagst du das so los? Ich weiß auch nicht. Ich bin... Ich bin... Ich bin trotzdem voll am Arsch irgendwie, Alter. Ja, okay. Der Tag gestern mal. Nee, aber ich komme dann runter oder was? Ja, genau. Oder hier so, ähm, Wohnzimmer. Wie war denn fahren? Bro, war hart. Aber, Digga, aber ist das... Guck mal. War heute komisch bei euch irgendwas? Warum? Ich weiß nicht. Oder ist Snowboardfahren immer so? Was meinst du? Weil jedes Mal, wenn ich irgendwie rübergeguckt habe habe, wie ihr mal im Stream reingeschaut habt, aber da saßt ihr nur? Ja, guck mal... Also ist das normal? Kann ja sein. Als Snowboarder sitzt man schon öfter. Das stimmt schon. Ja. Plus, das ist halt die Kombi aus, wir fahren Snowboard und wir streamen, weißt du? Ja. Digga, dann musst du halt Board machen. Dann hast du mal die Kamera. Dann machst du die Kamera irgendwo oben ran. Weißt du, was ich meine? Ja, okay. Also so, die meiste Zeit ist man schon am Sitzen. Jetzt in dem Setup. Aber wir versuchen morgen... Wir haben jetzt ungefähr raus, was wir machen, wie wir es machen mit Filmen. Morgen gehen wir raus und werden Funpack ballern. Morgen wird Schanzen gemacht und so. Morgen wird Schanzen gemacht? Ja. Wir sind heute schon in Schanzen gesprungen. Okay, krass. Ich habe die Clips gesehen, Bro. Hugo, hast du dich auf deinen Kopf geballert? Wer? Das Leben ist, wie das Leben ist, ne? Kannst du die Clip mal aufmachen? Hast du die? Ja, hab ich schon auch noch nicht gesehen. Oh, ich darf mich noch mal reinschicken. Ich habe so viele bekommen, Alter. Der erste Hugo-Clip. Geht mal zu Reds in den Chat und schreibt mal rein, wenn ihr habt. Ich habe den vorher auf jeden Fall mal gehabt hier. Darf ich mir einen Kaugummischte-Bitzen hier? Ja, wenn ich das anfange, ist der Morgen weg, oder? Ja, tatsächlich. Ich will auch ein wenig. Gebe ich dir hier. Ja, danke. Noch einer. Haut mal den allerersten Hugo-Clip, wo sie ihn da über... Kannst du so ans Verlauf gehen? Hä? Verlauf und Clips eingeben? Nee, mach ich nicht. Nee, mach ich nicht. Weil da kommen die ****-Hub-Clips, ne? Kennt ihr dieses ****-Hub-TikTok? Ich kann doch jetzt nicht... Ich kann doch jetzt nicht... Follower? Siehst du die vor, alle? Äh... Nee, Bro. Ich muss da mit meinen Stream-Elements immer rumschalten. Oh, das ist stark. Das ist stark. Weil das immer verbuggt ist. Ähm... Ist das der? Da ist... Nein, das ist da, wo Wieland dich umbolzt. Ja, 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 ja. Ich darf mich gar nicht verstanden. Warum macht er, hattet ihr davor Stress? Vorher sagt Wieland so... Das ist der. Das war ein Döner. Ja. Hä, Bro, das war so... Jetzt hast du jemanden berührt. Digga, ich stehe hier. Das ist dann da. Digga, what the fuck, man? Ich hab, ich hab... Digga, ich hatte ja auch Hunger. Und ich dachte, was mach ich denn jetzt? Bro, ich kann doch nicht als Mittagessen zwei Tüten Trolli essen. Und dann hab ich gesehen, dass es hier Lieferando gibt. Und dass sie halt... Es gibt so drei... Ich kann Liefer... Sorry. Und ich hab einfach einen Döner bestellt, aber der war echt solid. Ja? Ja. Schweizer Döner. Ja, pass auf, die Story ist folgende. Okay? Wir sind Lyft gefahren. Ja. Und Wieland meinte so zu mir, ey, es wäre mega lustig, wenn ich mich jetzt einfach losmache und dann Hugo mitpacke. Und dann ist er hingegangen, hat einfach sich da losgemacht. Bro. Digga, der hat mein Genick so zerf***t. Digga, das war geistesgerecht. Guck mal, jetzt schwenke ich zurück, Bro. Er lässt einfach los. Ich dachte so, er macht halt einen Gag, weißt du. Auf einmal... Guck mal, er macht jetzt so dieses Ding, macht er so nach oben. Gleich. Er macht es jetzt nach oben. Jetzt, glaube ich, ungefähr. Ja, jetzt, glaube ich. Er zieht das so aus den Beinen raus. Ja, genau. Jetzt hat er es oben. Jetzt dachte ich so, hä, was macht er? Auf einmal, er ist los. Und dann sehe ich nur, wie er da so Hugo und dann da so mit oben deckelt. Aber hat er sich damit nicht mega auch selber... Ja, Bro. Ich dachte noch, er musste... Die haben hier oben 15 Minuten gewartet auf die. Hahaha, so scheiße. Ey. Freunde, die haben das doch nicht ganz unten gemacht, sondern auf halbem Weg oder so, Bro. Ist das krank, Digga. Ja, komm, dann klicken wir jetzt einfach mal auf alle Clipsy hier. Aber da habe ich mich übel gemauelt, glaube ich. Digga, also Kevin, du hattest heute auf jeden Fall mindestens einen Content hinfaller. Warum? Also wirklich, du bist einmal hingefallen, so... Oh, nein! Aua, 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 aua. Und den ganzen Tag so gefiltert, meiner Meinung nach. Nein, nein, nein. Das ist, glaube ich, sogar der. Da bin ich so über low gefallen, aber ich habe trotzdem weiter gefilmt. Ja, 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 ja. Und direkt in die Kamera. Ey, ey, ey. Ist das eine gute Farb, nein, Bro? Ja, ist doch wichtig. Aber das klappt unter der Flasche. Ich musste unter der Flasche in der herfahren. Kann sein, ja. Und du hast auch direkt beim Flaschen gesagt, okay, wie hat euch die POV gefallen? Ja, weil ich davor so meinte, weil ich da so... Ey, ich mache mal den Stick ein bisschen andersrum und meine, wir fahren mal POV. Und genau in dem Moment fahre ich so hin, Digga. Okay, okay, okay. Also du sagst, das war jetzt kein Cottett hinfahren, ja? Nein, warte ich mit an. Boah, ich wollte gerade Clips an. Ja, ja. Aber was kommt jetzt, was kommt jetzt? Okay, das ist ein ganz anderer. Ja, das ist die Brother. Boah, boah, das ist unser F*****. Das ist, boah, boah, das ist unser F*****. Das ist, boah, boah, das ist unser F*****. Wir müssen eine Fortsetzung machen. Ja, ja. Aber dann auf andere Ding. Oh. Was ist das? Hey, das ist meiner. Oh, das ist von Hugo. Das ist der Hugo allererste Tag. Das ist der Hugo allererste Tag. Weil er nimmt jetzt so den, zack, fliegt hin, streamcuttet, jetzt einfach laufen lassen, einfach laufen lassen. Ja. Und gleich kommt einfach dieses gleich wieder da. Digger. Krack. Ey, wir brauchen von heute den ersten Hugo hinfaller. Kevin legt sich beim Skifahren. Ich weiß nicht, was das ist. Ach so, da habe ich Hugo versucht zu filmen. Ja, das hat mich so gemauelt da. Das war der Erste. Mit dem Kabel auf. Ja. Das war auch krass. Haben wir die Jumps drauf? Habt ihr die Jumps drauf? Ja, die wollen wir gerade sehen. Aber keiner schick rein. Ich habe alles gesehen. Ich habe hier doch alles gesehen. Mann. Oh, da haben wir uns eingeteilt. Okay, das war langweilig. Nein, zeig mal, ich will. Nee, das war mal nicht. Digga, ihr habt das nur abgebissen. Ah, das ist hier. Was ist das? Hat sich Hugo gefalkt? Ja, Hugo ist nämlich reingeschmissen. Das war wirklich ausgesehen. Ich glaube, es ist nicht drauf. Da, guck. Boah. Alter. Der ist umgebauelt, die Drecksau. Guck doch auf YouTube. Ey, guck mal auf ein paar und viele andere Clips. Vielleicht hat Nico hochgeladen. Ähm, Digga, aber wie ist das so bei so Snowboarden und Dingen? Sehen die Unfälle immer ein bisschen schlimmer aus, als die sind? Oder tut das euch schon krass weh? Niemand hat sich heute wehgetan, oder? Doch, ich habe nicht wehgetan. Und ich habe... Nein! Digga, als du mich umgekehlt hast... Haben wir das schon gesehen, den Clip, wo ich ihn umgekehlt habe? Ja, ja, haben wir gesehen. Digga, mein Nacken ist so zerf***t, Alter. Okay, guck mal, guck mal. Oh ja, hier ist noch meine Lamm. Ja, das ist das, das ist das. Wer springt da? Da hat Hugo sich gemauelt, oder? Ja, genau, zweite Hugo-Maulung. Den fand ich cool. So ehrenlos, wenn so einer vor dir fährt. Den fand ich cool, Alter. Sehr lässig von ihm. Wer ist das? Das bist du. Joa! Guck mal, das ist schon krass, aber ich dachte, du machst da jetzt irgendwas. Aber du bist nur drüber gefahren. Ja, ja, wir wollten heute einfach nur drüber fahren. Okay. Ja, war okay. Das sah cool aus. Ja, ich habe halt viel zu wenig Speed genommen beim ersten, genau. Jetzt kommt Hugo gleich noch runter gebrettert. Junge, wie landet der Mofa-Fahrer da. Und jetzt kommt Hugo? Ja, ja, das ist Hugo. Ah, den Maltz. Das ist Hugo. Spoiler. Oh mein Gott! Alter, du bist der übel weit geflogen. Bro! 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 Das sah doch, das sieht aber geil aus! Holy shit! Ich denke, ich würde es noch mal sehen. Das ist eigentlich ein krasser Charme. Ja, wenn du doch gelandet hättest, das wäre krass. Ja, aber Solle, Bro. Solle, du hast dich getraut. Danke! Ja, das ist krass, Mann. Okay, Bruder. Dann wir switchen kurz die Kamera und dann... Ich komme rüber. Wenn du ready bist, kommst du rüber. Ja, Mann. Ja, Mann. Machen wir das. Komm, eine Wohnung, schau ich noch an. Easy. Dann wir switchen kurz, dann kommst du gleich rum. Okay. Okay.